Hallo liebe Lilienfans. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, habe ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2019 verlängert. Nach den vier tollsten Jahren in meinem Leben und auch in meiner Karriere ist es mir sehr leicht gefallen hier zu unterschreiben. Auch privat fühle ich mich hier sehr wohl. Darmstadt ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, euch Lilienfans natürlich eingeschlossen und nun freue ich mich mit euch zusammen die nächsten Erfolge feiern zu dürfen. Ja und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald, euer Sandro.